Wie geht es dir? Guten Morgen. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Willkommen auf unserem Kanal. Heute zeige ich dir ein neues Video. Heute lernen wir Fragen auf Deutsch und wie man sie stellt. Fangen wir also an. Im Deutschen gibt es sogenannte W-Fragen. Es sind Fragen, die mit dem Buchstaben W beginnen und detaillierte Antwortfragen sind. W-Fragen sind offene Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Sie werden auch Ergänzungsfragen genannt. Am Anfang einer W-Frage steht ein Fragewort, das meist mit dem Buchstaben W beginnt. Das hier sind einige der W-Fragen oder besser gesagt die am häufigsten verwendeten. Wer? Wo? Was? Warum? Wie? Woher? Wohin? Welche? Welches? Welcher? Welchen? Welchem? Wann? Warum? Wann? Das hier sind einige der W-Fragen oder besser gesagt die am häufigsten verwendeten. Wer? Wo? Was? Was? Warum? Wie? Woher? Wohin? Welche? Welches? Welcher? Welchen? Welchem? Wann? Schauen wir uns die Struktur für diese Fragen an. Es ist sehr einfach. Man stellt eine W-Frage, wenn man seinen Gesprächspartner nach einem unbekannten Sachverhalt fragt. Diese Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Man stellt eine W-Frage, wenn man seinen Gesprächspartner nach einem unbekannten Sachverhalt fragt. Diese Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. An erster Stelle von W-Fragen steht ein Fragewort, das meist mit dem Buchstaben W beginnt. Zum Beispiel Woher? Wo? Wie? An erster Stelle von W-Fragen steht ein Fragewort, das meist mit dem Buchstaben W beginnt. Zum Beispiel Woher? Wo? Wie? Wie? Nun, die Struktur dieser Fälle ist wie folgt. W-Frage plus konjugiertes Verb plus Subjekt plus Ergänzung Es ist sehr einfach. Sehen wir es uns anhand der folgenden Beispiele an. Wir beginnen mit Wer? Wir beginnen mit Wer? Wer hat das Mittagessen gemacht? Wer hat das Mittagessen gemacht? Das habe ich gemacht. Schmeckt es dir? Das habe ich gemacht. Schmeckt es dir? Ja, es ist sehr gut. Wer kommt uns morgen besuchen? Mein Vater. Er möchte uns besuchen und mit uns Zeit verbringen. Wer ist der Autor des Buches, das du gerade liest? Wer ist der Autor des Buches, das du gerade liest? Der Autor ist J.R.R. Tolkien. Das Buch heißt Herr der Ringe. Der Autor ist J.R.R. Tolkien. Das Buch heißt Herr der Ringe. Es ist sehr gut. Du solltest es lesen. Es ist sehr gut. Du solltest es lesen. Wer hat meinen Kuchen gegessen? Andrea hat ihn gegessen. Gestern kam sie mich besuchen und ich habe es ihr angeboten. Du hast mir ja gesagt, dass du ihn nicht essen willst. Kommen wir nun zu wo? Kommen wir nun zu wo. Wo ist mein Koffer? Wo ist mein Koffer? Wo ist mein Koffer? Dein Koffer steht auf dem Tisch. Dein Koffer steht auf dem Tisch. Wo ist das Haus deiner Schwester? Wo ist das Haus deiner Schwester? Das Haus meiner Schwester ist in den Bergen. Das Haus meiner Schwester ist in den Bergen. Wo bist du? Auf dem Weg zum Haus meines Bruders. Auf dem Weg zum Haus meines Bruders. Wo ist deine Großmutter? Meine Großmutter ist bei meiner Schwester. Sie hat dort letzte Nacht übernachtet. Jetzt kommen die Was-Fragen. Was machst du da? Was machst du da? Ich repariere das Auto. Was willst du sehen? Was willst du sehen? Einen Thriller. Ich liebe spannende Filme. Einen Thriller. Ich liebe spannende Filme. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich wünsche mir eine Jeans und ein T-Shirt. Ich wünsche mir eine Jeans und ein T-Shirt. Warum? Es ist eine weitere der W-Fragen. Fahren wir mit den Beispielen fort. Warum? Es ist eine weitere der W-Fragen. Fahren wir mit den Beispielen fort. Schatz, warum haben sich Chris und Eva gestritten? Schatz. Warum haben sich Chris und Eva gestritten? Weil Chris mit einer anderen Frau ausging und Eva es bemerkte. Warum hast du mich gestern nicht zurückgerufen? Weil ich den ganzen Nachmittag im Büro war und tausend Dinge zu tun hatte. Weil ich den ganzen Nachmittag im Büro war und tausend Dinge zu tun hatte. Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Warum hat dein Unternehmen die Jahresabschlussveranstaltung abgesagt? Warum hat dein Unternehmen die Jahresabschlussveranstaltung abgesagt? Weil die Verkäufe in diesem Jahr nicht sehr gut waren und das Unternehmen kein Geld hat, um die Party zu organisieren. Warum bist du so früh aufgestanden? Weil ich das Auto zum Mechaniker bringen musste, um es überprüfen zu lassen. Es macht ein seltsames Geräusch. Weil ich das Auto zum Mechaniker bringen musste, um es überprüfen zu lassen. Es macht ein seltsames Geräusch. Die Frage nach dem Wie ist eine weitere, die bei der Informationsbeschaffung sehr häufig gestellt wird. Sehen wir sie uns an. Wie ist dein Name? Mein Name ist Katha. Wie kontrollierst du dein Gewicht? Ich esse gesund, treibe Sport und trinke viel Wasser. Wie hast du herausgefunden, dass dieses Motorrad zum Verkauf steht? Ich habe mir die Anzeige im Internet angesehen und sie hat mir gefallen. Wie ist das WiFi-Passwort? Ich muss mich mit dem Netzwerk verbinden. Das Passwort ist 027894. Jetzt kommen die Fragen mit wo und woher. Wo hast du diese neun Schuhe her? Wo hast du diese neun Schuhe her? Ich habe sie im Einkaufszentrum gekauft. Woher kommt dein Vater? Woher kommt dein Vater? Er kommt aus Zürich. Woher hast du diese köstlichen Früchte? Ich habe sie im Supermarkt hier in der Nähe gekauft. Ich habe sie im Supermarkt hier in der Nähe gekauft. Die Struktur, die wir in den vergangenen Beispielen verwendet haben, kann für folgende W-Fragen benutzt werden. Wohin? Welche? Wann? W-Frage 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 Sehen wir uns einige Beispiele an. Bist du ledig? Ja. Hast du einen Hund? Nein. Du kannst mit Ja oder Nein antworten, aber auch mit einer Ergänzung. Hast du einen Hund? Nein, ich habe keinen Hund. Ich habe eine Katze. Hast du einen Job? Ja, ich arbeite als Pflegerin im Krankenhaus. Ja, ich arbeite als Pflegerin im Krankenhaus. Okay, ich hoffe, dass ihr mit diesen Beispielen lernen werdet, Fragen zu stellen und ich hoffe, dass ihr weiterhin sehr fleißig mit uns lernen werdet. Jetzt kannst du diese Fragen in den Kommentaren beantworten. Jetzt kannst du diese Fragen in den Kommentaren beantworten. Welche Sprachen sprichst du? Bist du ledig oder verheiratet? Bist du ledig oder verheiratet? Warum möchtest du Deutsch lernen? Warum möchtest du Deutsch lernen? Gefällt dir dieses Video? Gefällt dir dieses Video? Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und gebt uns für dieses Video ein Like. Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und gebt uns für dieses Video ein Like. Danke! Tschüss! Danke! Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.